Cristiano Ronaldo sind nach der Niederlage am Samstag gegen Everton die Sicherung durchgebrannt. Wie dieses Video beweist, schlug der 37-Jährige einem Everton-Fan auf dem Weg zur Kabine dessen Handy aus der Hand. Die angebliche Mutter des 14-jährigen Opfers meldete sich daraufhin bei der britischen Presse und erhob Anschuldigungen gegen den Star von Manchester United. Dieser entschuldigte sich nun auf Instagram. Ich möchte mich für meinen Ausraster entschuldigen und wenn möglich den Fan zum Besuch eines Spiels in Old Trafford einladen. Diese Geste stoß allerdings bei der Mutter des Opfers sauer auf. Die Entschuldigung oder das Fehlen der Entschuldigung haben mich sogar noch mehr verärgert. Ich dachte mir nur, wie unhöflich, du erklärst allen, dass du dich entschuldigt hast, aber hast es nicht getan. Okay, du hast es in den sozialen Medien gepostet, aber du solltest dich bei meinem Sohn entschuldigen. Die angespannte Beziehung zwischen Gareth Bale und den Fans von Real Madrid hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der Waliser wurde im Ligaspiel gegen Chetaffe in der 74. Minute für Karim Benzema eingewechselt und absolvierte das erste Heimspiel seit zwei Jahren für die Königlichen. Doch das Comeback des Stars wurde von den Klubanhängern nicht gefeiert. Stattdessen begrüßten ihn die Fans mit einem lauten Five-Konzert. Bale machte dies allerdings nichts aus. Mit einem breiten Grinsen lief er auf das Feld und lachte die wütenden Fans aus. Häufig wird es solche Szenen aber nicht mehr geben. Der Vertrag des 32-Jährigen läuft im Sommer aus. Trotz der ernüchternden 0-1-Niederlage im Champions-League-Hinspiel gegen Villarreal geht der FC Bayern als Favorit in das Viertelfinal-Rückspiel. Zumindest, wenn es nach den Wettanbietern geht. Bei einem Einzug in die Runde der letzten vier zahlt zum Beispiel der Sportwettenanbieter B-Win das 1,4-Fache des Einsatzes. Sollten die Spanier ihren 1-0-Vorsprung in München behaupten können, gibt es das 2,95-Fache. Der von Thomas Tuchel angeführte FC Chelsea hat laut dem Buchmacher kaum noch realistische Chancen auf die nächste Runde. Nach dem 3-1-Erfolg im Hinspiel sieht B-Win-Rekord-Champions-League-Sieger Real Madrid deutlich vorne.